Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute wieder in Dunkelforst unterwegs und möchte euch die nächste Spur zeigen für den Dunkelforst Wandteppichfetzen. Ein wirklich toller Einrichtungsgegenstand, aber der ist groß. Also der nimmt locker eine ganze Wand ein. Nichtsdestotrotz ein wirklich toller Einrichtungsgegenstand. Wie bekommen wir den? Wir brauchen insgesamt 15 Spuren, die wir suchen müssen, um dann die Fetzen auszubuddeln und dann zum Wandteppich zusammenzusetzen. Wo sehe ich denn, welche Spuren ich schon habe? Dazu öffnet ihr einmal euer Tagebuch auf der Tastatur mit J, geht hier einmal auf die Antiquitäten, dann geht ihr hier runter auf die DLC-Gebiete und dann sucht ihr hier Dunkelforst und wenn ihr dann ein bisschen runterscrollt, findet ihr hier den Dunkelforst Wandteppich. Da wo schon so Fetzen abgebildet sind, die habt ihr und wenn es noch so ein bisschen durchsichtig ist, dann müsst ihr es noch ausbuddeln. Also ihr seht jetzt, eine habe ich schon, die Spur läuft ab in 26 Tagen. Insgesamt haben wir 30 Tage Zeit, so eine Spur auszubuddeln und die Spuren sind alle blau. Das heißt, ihr müsst also in der Archäologie schon ein bisschen fortgeschritten sein, sonst könnt ihr die Spur natürlich nicht einsammeln bzw. ausbuddeln. Einsammeln könnt ihr sie auf alle Fälle. So, ein bisschen dunkel hier noch, machen wir ein bisschen Licht an, damit ich euch zeigen kann, wo die Spur ist. Da unten sieht man es schon leuchten. Fantastisch! Da laufen wir jetzt einmal runter. So, wo genau befinde ich mich denn jetzt? Logischerweise in Dunkelforst und ihr nehmt hier den Wegschrein von Feste Blaublut und dann lauft ihr einfach diesen Weg hier runter, bis ihr am Wasser angelangt seid. Und dann seht ihr ja diese Halbinsel hier mit dem Baum und dann seht ihr es auch schon glitzern. Na, also das ist überhaupt gar kein Problem. So, wenn es jetzt wie bei mir ist, dass ihr dieses Glitzern nicht aufnehmen könnt, dann ist es kein Bugs, sondern dann habt ihr diese Spur schon. Dann habt ihr sie entweder noch nicht ausgebuddelt oder habt sie sogar schon ausgebuddelt, aber auf alle Fälle, wenn das so ist wie hier, dann habt ihr es schon. Das ist aber nicht weiter schlimm, beziehungsweise wir könnten noch mal gucken. Die Spuren, die euch noch fehlen, die haben jetzt natürlich keinen Namen, aber ihr könnt auf alle Fälle immer, wenn ihr hier drüber geht, sehen, wie die Teile heißen. Und jetzt gucken wir mal, wo der zerfetzte... Ja, hier ist der zerfetzte Wandteppichfetzen. Das ist genau der, wo ich gerade stehe und deswegen kann ich das natürlich logischerweise nicht noch einmal aufnehmen, weil ich habe es ja schon. Gut, das ist der Fundort. Ihr müsst dann noch losziehen, diese Spur ausbuddeln. Das findet ihr dann wiederum, wenn ihr in der Archäologie hier oben auf Erspäber geht, dann findet ihr hier die Sachen, die ihr noch ausbuddeln könnt. Vom letzten Video habe ich hier noch den Fadenscheining, Wandteppichfetzen, den ich noch ausbuddeln muss. Wenn hier nichts ist, ist logischerweise auch nichts auszubuddeln, zumindest nicht in diesem Gebiet. Die ganze Übersicht habt ihr dann, wenn ihr natürlich auf alle aktiven Spuren geht. Das hat aber eigentlich keinen Sinn, weil wir natürlich nur hier in Dunkelforst die Wandteppichfetzen finden können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Finden und Ausbuddeln der Spuren später mit dem Wandteppich sowieso. Ja, und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.